Wir haben der Politik in den letzten Jahrzehnten viel zu verdanken, denn wir haben sehr viel Förderung erfahren. Das hat uns sehr geholfen, technologisch auf Weltmarktniveau zu sein. Ich wünsche mir weiterhin mit der Politik gute Zusammenarbeit, allerdings auch mit der Politik auf Landesebene. Darüber hinaus erwarte ich mir von der Politik die Tendenzen, die es gerade in der Welt gibt, nämlich Protektion und Handelsbarrieren weiter erfolgreich zu bekämpfen, weil nur das freie Handel hilft uns auch in Zukunft erfolgreich zu sein.